Willkommen zurück, Maisfeld. Vor ein paar Tagen abgeerntet. Ich bin hoch über den Bergen. Super ist das. Und der Wind geht halt leider. Das ist das Problem. Und hoffentlich habe ich viel mehr was Schönes. So, der erste Scheine Fund. Da drin ungefähr Zentimeter. Ganz ein kleines Knopf, glaube ich, ist das. Irgend so was. Ja, Knopf oder ganz ein kleines. Oh, so. Da hat sich nicht mehr so ein bisschen. Du kann ja auch noch. Du kann ja auch noch. So, das ist nicht mehr so ein bisschen. Ich glaube, für eine Strecken braucht man, glaube ich, sicher eine halbe Stunde. Ich bin ja nicht einmal bei der Hälfte. Ich sehe mich für Müller. Und das ist, glaube ich, ein Pfeifendeckel oder sowas. Er hat er beschädigt. So, da bin ich ein Leipzig. Ich muss da irgendwo nach unten. Wahrscheinlich ist er schon ört. Ich muss mich nicht erwischen. Ich muss mich nicht erwischen. Irgendwann dürfen wir nicht erwischen. Bei Fischern habe ich ja gesagt. Leif das immer eine Chance. Ich glaube, man kann ja... ...mein erster Deus-Ring. Leider fällt der Staum. Leider fällt der Stein. Leider fällt der Stein. Und das ist der noch hin. Ein großer schöner Knopf. Da oben ist auch noch ein Signal. Das müssen wir dann nachgelauschen. Das ist nicht so übel. Na schön. Da hinten schön schön grün. Da steht sogar was oben. Glaube ich, oder? Ja. Ah ja. Spätes 19. Jahrhundert kann ich lesen, ich meine nicht. Die irgendeine Straße ist jetzt nicht gespielt, ich habe jetzt keine Ahnung was das ist, es ist schwer. Das ist ein Unterteil von dem Messergriff, das habe ich noch nicht gesehen. So, das ist die Verzeihung. Ich schätze, dass es so ähnlich ist wie ein Scharnier, oder? Ich täusche mich da. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Das wird das, was ich glaube. Oder nicht. Ich glaube, das war irgendwo der zweite heute. Aber Silber, keine Ahnung. So, daheim schauen. Das sieht verdächtig aus. Ein alter Griff, oder irgend sowas. Versuch der Griff, oder? Ich kann ja auch noch, was es ist. Ziemlich schwer. Das ist auch das erste Mal, dass ich so etwas finde. Und ein Knopf. Und immer, wenn ich filmen will, kommt der Auto. Das ist ja neulich. Und ein Knopf. Und immer, wenn ich filmen will, kommt der Auto. Mit der Fußspitze, nur das Ding da weggeschossen. Und dann liegt es so da. Das ist sogar Deutsch. War der schön, oder? Der ist schön. Mein Erster. So, im Mittel des Tages ist das alles mögliche. Fleisch, Malz. Leider war nichts mehr drin. Und das war Fiener, wo es hat. Das ist ein kranker Haken. Das hat wirklich sehr von mir gegessen. Und ich hoffe, es hat jetzt Spaß mit dem Zuschauen geguckt. Und danke, dass der Perfanz. Ich rgens euch doch mal. Ich règle die Haken. Ich règle mich an. Ich règle mich an einen Knopf. Ich riebe mich an, Ich riebe mich an. Ich riebe mich an. Vielen Dank.